Hallo, heute ist es wieder Lou4U und ich habe hier Besuch von dem kleinen Elf und Shell. Also das ist so eine amerikanische Weihnachtstradition, glaube ich. Ja, der ist von Thanksgiving bis zum Tag vor Weihnachten ist der da. Also man darf ihn auf keinen Fall anfassen. Und der fliegt nachts, also der ist im Haus, und fliegt dann nachts zur Weihnachtswerkstatt vom Weihnachtsmann und der sagt ihm dann, ob die Kinder brav gewesen sind oder nicht. Und wenn sie nicht brav waren, gibt es keine Geschenke und er kommt nicht mehr wieder und das ist hart, glaube ich mal. Also wir hatten schon mal einen und der hieß Ivo, äh Ivo, statt Ivo, Ivo. Und wir haben Geschenke bekommen, das fand ich sehr, der ist von Ivo. Also, ähm, und ich mache eine Verlosung. Und ich verlose diesen Elf und Shell. Der hat jetzt seinen eigenen Platz. Und der sitzt immer woanders und man muss ihn dann morgens halt suchen. Das letzte Mal hatten wir ihn einmal, glaube ich, fast gar nicht gefunden. Ähm, und jedenfalls ich verlose ihn. Ihr sollt mir ein Video, ähm, also ihr sollt ein Video machen, wo ihr Kunde sagt, wo ihr den Elf und Shell haben wollt. Der sitzt da so süß, irgendwie so, wie, ich bin ein kleines Baby. Also, warum ihr den haben wollt, da sollt ihr Gründe liefern. Und das schreibt ihr mir dann in die Kommentare, dass ihr ein Video gemacht habt. Dann gucke ich mir das selbstverständlich an. Das Video mit den besten, lustigsten und verrücktesten Gründen. Der, das Video gewinnt dann in Elf und Shell. Das ist so kaputt, die ganze Zeit. Und es macht total Spaß, den auch morgens dann zu suchen und zu finden und ihm einen Namen zu geben. Natürlich, wenn man ihn das erste Mal sieht, muss man ihm einen Namen geben und ihn adoptieren. Dann gehört er zur Familie. Wie gesagt, unsere ist Ivo. Das ist ein süßer Name. Also, die Abenteuer von Ivo, von unserem Ivo, kann man auch, ähm, auf dem Instagram-Account von meiner Mutter, ähm, bewundern. Und den verlinke ich euch unten in der Infobox. Und wie gesagt, viel Glück. Also, macht wieder Videos, wäre schön. Ähm, und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt, Blue for you. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt, Blue for you. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt, Blue for you.